Nächstes Mal bei Temptation Island. Wenn Matteo eh alles egal ist, dann würde ihm das ja auch egal sein. Überraschung! Guten Morgen! Ihr werdet noch einmal in Versuchung gebracht. Und zwar geht es nämlich heute auf die Temptation Dates. Matteo, gibst du mir noch einen guten Nachtkuss? Vor dem letzten Lagerfeuer geht es mir nicht sehr gut, weil ich halt Angst vor der Konfrontation habe. Ich höre auf das, was mein Herz sagt.